Das Öko-Institut hat mich Anfang der 90er Jahre in den Kreis seiner Weggefährten aufgenommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Berlin technischen Umweltschutz studiert und der hiesige Prof für Umweltchemie hat gesagt, es gibt ein Institut in Deutschland, das hat mehr für die Umwelt getan als alle Hochschulen zusammen und das ist das Öko-Institut. Das war für mich Motivation, mich dort zu bewerben. 2010 habe ich das Öko-Institut mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen, nach China, ins Ausland. Und seitdem bin ich eigentlich vorwiegend international tätig gewesen und nur wenige Begriffe haben aus dem deutschen Eingang in den angelsächsischen Sprachgebrauch geschafft. Neben Zeitgeist und Kindergarten ist es das große Reformprojekt, an dem auch das Öko-Institut seit seiner Gründung arbeitet, die Energiewende. Ich schätze am Öko-Institut, dass es für mich der Inbegriff dessen ist, was ich als Wissenschaft mit Haltung verbinde. Die Motivation, die Neugier und den Mut, sich in unsere gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Prozesse einzubringen und dort nach Verbesserungsmöglichkeiten unter Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu suchen. Und das nicht nur im Elfenbeinturm, sondern im aktuellen politischen Geschehen mit den richtigen Handlungsempfehlungen, mit den richtigen Umsetzungsempfehlungen, quasi im Schlammcatchen des politischen Geschäfts. Und das ist etwas, was, glaube ich, das Öko-Institut wie kaum ein anderes Institut auszeichnet. Ich wünsche dem Öko-Institut, dass auch der Name des Instituts Eingang in den englischen und angelsächsischen Sprach- und Wortschatz findet. Denn die Übersetzung, wenn wir international unterwegs waren, war immer schwierig. Und das Wissen und das Engagement des Öko-Instituts wird auch international gebraucht. Das kann ich nach fünf Jahren in China sehr klar und sehr deutlich sagen. Und deshalb kann auch der Name Öko-Institut für dieses Wissen im internationalen Raum stehen.